Ich lerne Deutsch. Nummer 9376 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das sind die Bücher, die ich während meines Studiums gelesen habe. Das sind die Bücher, die ich während meines Studiums gelesen habe. Ich muss mich beeilen, sonst fährt der Bus ohne mich ab. Ich muss mich beeilen, sonst fährt der Bus ohne mich ab. Wir sind uns einig. Wir gehen beruflich und privat den gleichen Weg. Wir gehen beruflich und privat den gleichen Weg. Wir gehen beruflich und privat den gleichen Weg. Die Sonne geht unter. Wir müssen zu den Stellen zurückkehren. Die Sonne geht unter. Wir müssen zu den Stellen zurückkehren. Influencer sind nicht nur für ihre Produktempfehlungen bekannt, sondern auch für ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen. Heute wird wieder ein toller Tag. Heute wird wieder ein toller Tag. Die Arbeit macht Spaß und ist abwechslungsreich. Der Boden ist voller Sägespäne. Der Boden ist voller Sägespäne. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Sonne geht unter. 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 Die Sonne geht unter.